Lars Dietz. Erstmal sehr anstrengend. Wir hatten jeden Tag zwei Einheiten. Insgesamt konnten wir viel arbeiten, waren viel auf dem Trainingsplatz und ich denke, wir nehmen auch alle etwas Positives mit. Das Team hat mich sehr gut aufgenommen. Ich freue mich jetzt auch mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Jede Trainingsanheit macht sehr viel Spaß und ich hoffe, ich kann irgendwann das Gelernte dann auch im Stadion zeigen. Die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre in dem Verein, das ist einfach etwas ganz Besonderes und das hat man nicht überall. Das ist ein ganz besonderer Reiz, dann auch irgendwann dann hier 90 Minuten vor den Fans zu spielen. Ich freue mich auf das Spiel gegen Darmstadt, weil ich früher schon mit Kevin Großreuth eine große Verbindung hatte. Holstein Kiegel ist natürlich eine sehr starke Mannschaft, haben mir jetzt schon in der Hinrunde viel präsentiert von dem, was man gar nicht erwartet hat. Aber ja, wir müssen aktiv sein und müssen natürlich schauen, dass wir da drei Punkte mitnehmen. Wir gewinnen 3-1. Bis zum nächsten Mal.